Hier zu beten und Stille zu haben. Es ist so ein schöner, heiliger Raum, wo man Gottes Gegenwart genießen kann. Und man muss gar nicht viel machen. Manchmal ist es einfach so, da sitzen, den Raum auf sich wirken lassen. Dort gibt es so viele kreative Inspirationen, dass so eine Stunde ratz-patz vergeht und man ganz erfrischt in seinen Alltag zurückgeht. Die Möglichkeit Raum zu geben, mit Gott in Kontakt zu kommen. So viele Arten des Gebets sind da möglich und das finde ich richtig toll und wohltuend. Das habe ich mir gerne gemacht. Mich begeistert an der Gebetswoche im CVTM, dass hier Christen aus verschiedenen Gemeinden aus Eisenach beten können und dass ich ganz persönlich mir einfach mal eine Stunde Zeit nehmen kann mit Gott. Erwartungen von Gott habe ich eigentlich, dass es den Menschen begegnet, die hier im Raum sich befinden. Was mich auch noch gerade letztes Jahr sehr begeistert hat, am Anfang und am Ende den Gottesdienst mit Christen der ganzen Stadt aus den verschiedenen Konfessionen zusammen Gott zu loben und zu preisen. Das fand ich richtig toll. Die Gebetswoche 2019 Eine Woche lang wollen wir im CVTM Tag und Nacht beten. Das kannst du alleine tun oder mit Freunden zusammen. Dazu kannst du dich in die Gebetsliste bei uns online eintragen. Das kannst du als Beter, wo du im Gebetsraum bist und die Zeit ganz klar mit Gebet füllst oder auch als Springer, wo du im Hintergrund bist im CVTM und dich darum kümmerst, dass die Gebetskette nahtlos weitergeht und den Beter mit Getränken versuchst und anderen. Eingerahmt wird die Gebetswoche von zwei tollen Gottesdiensten. Wir wollen uns von Gott wieder neu ansprechen lassen, wieder neu erfrischen lassen. Weitere Infos dazu findest du auf solchen Flyern, die hoffentlich überall in der Stadt zu sehen sind.